Hallo, grüß dich! Einen ganz wichtigen Aspekt im Hundetraining ist das sogenannte Impulskontrolle. Was das ist und wie gehst du damit um, erkläre ich dir in diesem Film. Viel Spaß dabei! Zuerst nehme ich dieses Wort Impulskontrolle auseinander. Das zweite Wort, Kontrolle, dürfte kein Problem sein. Kontrolle heisst, ich habe mich im Griff, ich habe das, dies oder jenes im Griff, ich beherrsche das, es macht mir keine Probleme. Ich unterdrücke meine Spontaneität. Ich möchte, aber ich lasse es sein, ich warte noch ein bisschen. Impuls ist genau das, eine spontane Handlung. Eine Handlung auf einem Außenreiz, wo man das Gefühl hat, ich muss das jetzt machen. Es ist sehr schwer zu unterdrücken, weil wie gesagt, das kommt von oben heraus, oh, da ist was, ich gehe nach vorne hin. Ein sogenannter Impuls. Impulskontrolle heisst, sich wirklich im Griff zu haben, sich zu beherrschen und auf bestimmtes Signal, auf die Erlaubnis, mit deinem Hund eine Handlung auszuführen. Diese Außenreize sind ganz, es gibt ganz, ganz viele Außenreize. Eine läufige Hündin, wenn die Hündin läufig ist, einen Rüden. Der beste Kumpel, ein Fahrradfahrer, das Fressen, ein Spiel, ein Ball. Es gibt ganz, der Besitzer, der gerade nach Hause kommt. Es gibt ganz viele Außenreize, wo dein Hund einfach darauf reagieren möchte. Falls deine Frau oder dein Mann gerade nach Hause kommt von der Arbeit, Anzug, schöne Kleidung, schöne Kleider und dein Hund ist zu Hause, möchtest du nicht, dass du angesprungen wirst? Dein Hund muss sich beherrschen. Er darf nicht auf dich springen, bis du dich ausgezogen hast, bis du was anderes angezogen hast. Das ist selbstverständlich. Wenn du mit deinem Hund spazieren gehst und ein Kumpel, sein Kumpel läuft auf der anderen Straßenseite, der muss sich beherrschen, der darf nicht über die Straße einfach so laufen. Bei der Jagd, wenn beim Labrador oder Golden Retriever, wenn die Jäger noch schießen, dürfen die Hunde nach vorne gehen. Wenn der Hase auf dem Boden liegt, die Ente, dürfen die nicht nach vorne gehen. Es geht nicht, es funktioniert. Also die Hunde müssen lernen, sich im Griff zu haben, Impulskontrolle. Dafür kann man sehr gut ein sogenanntes Entspannungssignal aufbauen am Anfang. Das heißt, auf einem bestimmten Signal hin, bringst du deinen Hund bei, ein bisschen ruhiger zu werden, ein bisschen abzufangen, ein bisschen sich im Griff zu haben. Das Verhalten soll ja zeigen, was dir in dem Moment gefällt. Am Anfang kann es sein, dass er piepst, dass er jault und ähnliches, macht nichts. Hauptsache, das Gefährliche, das unerwünschte Verhalten wird nicht gezeigt. Bei mir liegt die Saga. Auf dem Boden liegt die Ayla, ihre Tochter. Sie ist gerade elf Monate alt. Ich habe ihr beigebracht, beziehungsweise alle meine Hunde können das perfekt, hat die Ayla noch nicht. Wenn sie im Kofferraum ist und ich mache meinen Kofferraum auf, darf sie nicht rausgehen. Das macht sie nicht. Aber sie hat sich noch nicht im Griff. Das heißt, sie bellt, sie jault, die klopft an ihrer Box, die ist heftig. Ich kann trotzdem mit ihr aufmachen, sie wird nicht rausgehen. Das heißt, der erste Schritt von meinem erwünschten Verhalten, du bleibst ruhig, du bleibst im Auto, du steigst nicht aus, bis ich es dir erlaube, ist schon da. Die geht nicht raus. Der zweite Schritt jetzt, wenn die Tür auf ist, werde ich ein bisschen warten, dass sie ruhiger wird. Wenn sie ruhiger ist, darf sie raus. Ich weiß, sie will aus dem Auto raus. Sie bekommt es nur, wenn sie ruhiger wird. Diese Entspannung erwarte ich. Um das beizubringen, während sie runterfährt, kann ich sagen, alles gut, ruhig, bleib ruhig. Aber während sie runterfährt und dadurch baue ich ein bisschen Entspannung drin. Und das gilt für alles. Wenn du deinem Hund sein Futter gibst und er fährt hoch und springt, dann bekommt er überhaupt nichts. Und als Notfall nimmst du dein Futter, legst du das hier auf den Tisch, so dass dein Hund nicht rankommt, ohne dein Handwerkständnis, und du entfernst dich. Erst wenn er ruhig ist, bekommt er das. Das heißt, er lernt sich in dieser Situation im Griff zu haben. Und das musst du mit allen Außenreisen, wo dein Hund Impulse führt, die ihm ein Verhalten zeigen lässt, was dir überhaupt nicht gefällt. Jetzt war das ein schwerer Gedanke. Falls du mich nicht ganz verstanden haben solltest, kein Problem, schreibe es in den Kommentaren dran. Ich habe einen Sohn, der Cedric, der wird mich korrigieren und alles Beste vielleicht aufschreiben, als ich das ausdrücken kann. Also einfach in den Kommentaren schreiben. Falls du noch mehr von uns sehen möchtest, Meiter Coach, einfach unseren Kanal abonnieren. Und falls dir diesen Film gefallen hat, einfach Gefällt mir Button drücken. Tschüss und bis zum nächsten Mal.